Äh, so, 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 hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Let's Play The Let's Play The Let's Play The Princess HD. Ja, beim letzten Mal habe ich, äh, oder bin ich ein bisschen in diesem Raum hier, mit den ganz vielen, ne, Greifpunkten und so, verzweifelt. Und ich habe auf Screen, habe ich nochmal geschaut und ich habe, da bin ja nochmal alles durchgegangen und ich glaube, ich habe es gefunden. Schaut mal da nach vorne. Fällt euch da vielleicht irgendwas auf? Nein? Gut, dann, äh, werdet ihr es gleich sehen. Ich glaube, ich bin einfach nur blöd. Ja, ich wusste es. Schaut mal. Hey, da ist ein Schalter. Geil, ne? Boah, geil. Haha, mega. Oh, man, ich war, tut's echt weh. Ich war so kurz vorm Ziel, ne, dann trotzdem in die Hose geschissen. Ach, Traum ist das. So, und jetzt können wir hier auch wirklich weiter. Irgendwie, bestimmt. Ah, da ist das Gitter. Da ist ein Gitter, das ist schön. So, ich soll weiter hoch, anscheinend. Gut, dann gehe ich halt weiter hoch. Und wie wir wissen, Gewinner geht immer nach oben. Da ist eine Kiste, die ich eigentlich haben möchte. Fragt sich nur, wie komme ich jetzt dahin. Äh, b b b b b b b b. Schwupp. Ich sage mal hier runter. Schwupp. Und da jetzt einfach rüber springen. Yes. Nice. Gib mir die Kiste. Da habe ich mir verdient. Fucking Stempel. Warum ein fucking Stempel? Husten! So, ich springe einfach mal rüber. Ähm, Moment. Moment, wir haben gelernt. Äh, Moment. Piu! Ciao! Und dann hole ich mir nämlich auch noch die Kiste! Oh yeah! Bomben! Yes! Geil! Na, wo bist du, Vieh? Ich hab dich doch genau gesehen. Komm her! Stierbe! Und du genauso! Stierbe! Piu, Piu, Piu! Ekelhafte Drecksviecher, ey! Was geht denn bei euch? Und schwupp! So, damit haben wir jetzt hier auch alles, ja? Das ist ja schön! Dann können wir ja endlich mal weitergehen. Meine Fratzki, ey! So, was bist du jetzt? Bist eine große Piranha-Pflanze. Okay. 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 Du Scheißviech, du kommst jetzt her! Au! Au! Stierbe! Und du genauso! Ekelhaft! Kannst du mal ruhig bleiben, du Kackviech! Und du, was willst du? Du Flair-Maus jetzt von mir! Und du genauso! Komm her! Ciao! Äh, muss ich da Poppen reinwerfen? Bitte nicht! Das wäre jetzt ziemlich blöd. Ich habe keine Poppen zum Reinwerfen, ne? Das ist natürlich geil! Ich müsste da sowas von der Bombe reinwerfen, ne? Ich muss da eine Bombe reinwerfen. Och, nee, oder? Och, nee! Och, das muss doch jetzt nicht sein, oder? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen und mir... Ach, nee! Och, nee! Warum? Ja, komm! Och, wieso muss ich den jetzt... Och, nee! Och! Leckt mich, Leute! Ich gehe nach Hause! Das ist ja noch voll! Boah, geil! Ist das geil! Ja, was will ich denn mal... Och, das kotzt mich jetzt schon wieder an! Wieso brauche ich denn jetzt eine normale Bombe? Wieso habe ich mir überhaupt diese scheiß Bombenkäfer gekauft? Die bringen mir ja gar nichts! Dann halte ich ganz... Labe mich nicht voll! Verschwinde, du scheiß Viech! Och! Bin ich jetzt... Bin ich jetzt... Gereizt? Ach, warum? Warum? Sie bräuchten jetzt die scheiß... Und diese scheiß Wasserrüstung, ne? Die nervt mich auch! Boah, Alter! Ich raste gleich aus hier! Gib mir die normale Rüste! Ich weiß schon, warum ich das normale Gewand gehabt hatte! Och, jetzt muss ich ernsthaft den ganzen Weg bis zum Lad... Och, das kotzt mich grad an! Das nervt mich grad so richtig ab! Weil der Raum, wo ich natürlich muss... Der war ja zum Glück nicht lang oder so, ne? Ist ja... Och! Fuckt mich das grad ab! Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo! Ich möchte raus! Och! Leckt mich... Leckt mich allemal! Ey, was soll denn das? Du... Los, schwimm doch schneller, du Scheiß-Typ! Dann werd ich aggressiv! Weißt du, warum muss ich die jetzt? Ach! Meine Fressen, ey! Mit ner Worpen. Mit ner Worpen! Ich raste aus. Ich raste aus hier. Mit ner Worpen. Boah, Alter, ne? Wieso ist denn das ne Pflichtszene? Aaaaaah! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Darf ich bis zum anderen Ende des... der Stadt nur um die scheiß Bomben umzutauschen? Was ist denn das für ein scheiß? Pfff. 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 Mann, wieso hab ich denn genau die einzigen Bomben, die mir nix nützen? Boah, kotzt mich das grad an, ey. Pff. So, welche holen wir denn? Holen wir die Wasserbomben? Ich nehm normale Bomben, ganz ehrlich. 90 Rubine. Nein. Ganz ehrlich, nein. So, und jetzt wieder zurück den ganzen Weg. Hey! Spass, pass, pass! Ui, 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 ui. Bitna warm. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und dann ist der Partschule vorbei, bis ich dort bin, ne? Das ist der Wahnsinn in Dosen. Ich bin nicht genau einen Raum weitergekommen. Boah, Daumen hoch. Wenigstens komme ich direkt bei der Dickstraße. Das kann ich aus irgendwelchen Gründen abbrechen. Fragt mich nicht warum. Ist halt so. Und labert diese blöde Tante mich wieder zu. Oh, Wind, please. So, sind wir wieder im Dungeon. Ja, schön. Hat ja nur, wie lange es dauert? Fünf Minuten oder so der Umweg? Nice. Ja, da war ich halt die ganze Scheiße hier nochmal. Ey. Spaß, Spaß, Spaß. Och, kommt doch eher, du Scheiß. Komische... Was bist du überhaupt nun? Alien, was bist du? Man weiß nicht so genau. Hab Spaß mit deinen komischen Stachelfiechern. Tschüss. Dann kann ich euch wenigstens nochmal den Weg zeigen, wie der Raum jetzt eigentlich funktioniert. Oder ich hab's ja euch gezeigt, ne? Ja. Ich hätte das auch rausschneiden können, ich weiß, aber bei diesen Aufnahmeprogramm hier mit Konsole ist das immer blöd, zu schneiden. Von daher... Von daher... Egal. Oh, es ist blöd. So, dann hier nochmal den ganzen Weg. Hey. Hey. Ich wollte eigentlich das administrieren. Danke. Und dann nochmal durch den mega langen Raum. Ist ja nur der längste Raum, den ganzen Dungeon bisher, aber sonst, ne? Easy going. Och, bin ich Gott so heute hier. Sorry. So, dann halt nochmal den ganzen Spaß hier. Schwupp. Schwupp. Und hier runter. Plopp. Jetzt kenne ich mich am nächstes den Weg. Jetzt kenne ich mich langsam. Hier... Ah, stehe ich wieder... Ein Pixel zu weit hinten. Geht das natürlich wieder nicht, ist ja klar. Schade. Hätte er glauben können. Hätte er glauben können. Hey, der klappen können. Hätte er glauben können. So. Und... So. Ich sagte so. Dankeschön. So. Und hier dann dahin. Schwupp. Und hier dann... Jetzt habe ich wieder vergessen. Achso. Nach unten. Richtig. Gehe ich so. Dann euch Viecher beseitigen. Pottenlich zielen. Und los. Wunderbarst. Zack. Und faradien. Und weiter geht's. Oh man. Oh man. Oh man. So. Wo ging es jetzt hier? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Das haben wir irgendwo gedacht, ne? Ja. Genau. Wir sind doch gleich wieder da. War ja nur ein kurzer Umweg. Aha. 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 Wow. Leute. Das war halt echt jetzt ein langer Umweg. Scheiß. Die wandern. Scheiß. Wie du stirbst. So. Wunderbar. Oh mein Gott. Ey. So. Diesmal auch mitbomben. Ja. Äh. Link. Link. What the fuck? Hey. Jetzt sag bloß, das hat mir nicht mal was gebracht. Jetzt sag bloß, das hat mir nicht mal was gebracht. Okay. Das bezeichnet mir dann wohl als Epic Fail? What? Warum hat mir das jetzt nichts gebracht? Oh. Oh. Ich hätte das auch ohne Bomben machen können. So. Ähm. Ja. Gut. Ich hätte das auch ohne Bomben machen können. Ja, natürlich. Logisch. Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich hätte ich das auch ohne Bomben machen. Oh Gott. Pfeile. Yay. Warum? Den ganzen Umweg umsonst. Really? Really? Ich seh doch diesen Gegner an. Meine fressen, ey. Ciao. Ciao, ciao. Wieso war denn der ganze Weg umsonst? Oh, das kotzt mich an, ne? So, ihr Kackviecher. Ihr sterbigt. Ripp, Fledermaus. Was ist denn mit dir passiert? Hangel, 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 hangel games. das hat 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 junge und hat okay okay das kam irgendwie random aber gut warum nicht das war also das war zu für ein herz teil wo geht es denn da weiter war das so geplant ich glaube nicht muss ich hin weiß ich weiß nicht wohin ich habe nichts gesehen es ist schon leicht nervig verschwinden doch einfach du kackvieh stirbt der fahrt ist schon wieder vorbei aber ist egal wenn ich kann doch eigentlich da hoch oder moment moment ha stirbt dankeschön kiste wow der rubine war wichtig ja der war halt wirklich wichtig ja letzten endes muss ich da oben dran und da oben dran zu kommen muss ich da hin und da dran zu kommen muss ich da hin okay ich verstehe schon wie das funktio nuggelt glaube ich ach gott die kamera die kamera da da was deine mutter oder au wa 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 aha ich muss von hier ah so ist das also gedacht Mann So ist das also hier gedacht. Aha. So wird ein Schuh draus. Leute, ich hab's. Es hat nur ein bisschen gedauert, aber ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Freunde der Nacht, ich hab's. Hallo, Typ. Na, 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 na. Oh Gott, bist du billig. Na, 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 na. Ciao. Diese Gegner sind so überflüssig. Warum eigentlich überall pflanzen? Wir sind in der Luft. Äh, brrrr, 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 brrrr. Äh. Äh, ja. Aha, ich hab schon was gesehen. Das ist ja fein. Äh, plopp. Wegst du dich nach vorne? Da, wo ich hin will? Du bist aber nett von dir. Du bist sehr nett von dir. Bin ich gut. Ja, durch die Wand gezogen. Nice. Hahaha. Ja gut, wir haben hier wieder Kisten. Das ist schön. Boah, Rubine. Ich brauch die ganze Rubine. Alle. Unbedingt. Wichtig. Ja, okay. Äh, pppppppppp. Wie komme ich denn darüber? Moment. W MP in die Richtung, wo ich will? Ah. Aha. Ah, okay. Ah, ein bisschen Omeckes. Ja, warum auch nicht? Unfall ein Viecher. Ach so. Äh. Moment, was war das denn jetzt? Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Lol. Und eine Schatztruhe. Doppel-lol. Ja, ein guter Stempel. Yay. Aber den Geist nehme ich natürlich mit. Na, ist klar. Das ist klar. Boom. Ciao. Da-ba-ba-ba-ba-ba. Sonst ist hier nix, ne? Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um halt den Part zu beenden. Leute. Ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder. Also dann. Bis dann. Ciao, Leute. Ja gut. Das ist hier nix, ne? Ja gut.